Hi Leute, tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe, nur geschmatzt habe. Zahltag für Ray. It's a man, it's a man, it's a man. Wollt ihr mal gut schluern? Geht es auf Zeit? Ich hasse Zeit, scheiße. Wo müssen wir denn hin? Nicht nächste Insel. Nö, wird man eigentlich mal schaffen sogar. Hier mit unserer mega schnellen Karre. Yakuza Stinker. Ich weiß gar nicht, was manche haben mit Die Steuerung ist so scheiße, macht die Steuerung besser. Ich finde generell irgendwie, in den meisten Spielen ist die Steuerung gar nicht so schlecht. Viele meckern da alle rum. Macht die Steuerung, Gameloft, verbessert die und das und das und das und das und das und das. Nicht zu vergessen, da ist er auch noch. Fahr hier über die... Und nehm den noch mit. Fahrungslevel. Die hässlichen Penispolizisten da. In dem Spiel. Weil jetzt waren wir eigentlich relativ schnell sogar da. Hallo, Kampanera. Hallo, Kampanera. Ich weiß dieses Lied nicht. Wo muss man denn hin? Oh, da lang. City, City, wir fahren hier durch die Stadt. Mit unserem... Do their music. Hören Lips 106. Oh, oh, oh. Spider Monkeys. Schade, dass es wirklich keine Spider Monkeys gibt. Würde ich mir sogar mal kaufen. I like Spider Monkey. Okay, unser Auto, besteigen wir. Die pissen sich ins Auge. Was ist das für eine eklige... Werbung. Before you get caught in your eye. Mh, 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 Mh. Bekommen wir jetzt auch einen neuen Auftraggeber. Ich weiß, in der letzten Folge GTA haben wir die Mission für Kandy gemacht. Aber es tut mir leid, diese Mission. Ich mach erstmal diese Akusa da. Äh, Asuka, Akusa. Asuka, glaube ich, heißt die. Machen wir erstmal fertig und dann. Und dann kommt der Kenji und vielleicht bekommen wir auch noch den Ray als. Oh. Ähm, wohin muss man da? Oh, wahrscheinlich schaff ich's gar nicht mehr. Weil die Hackfresse da hinten. Gut. Dann machen wir noch fertig. Wir haben noch 40 Sekunden. Nein! Oh, wow! Yeah, 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 ah! Ich will nicht meinen Arsch abtanzen. Ich mag tanzen nicht. Hey, weg da. Geh da hin! Okay. Ah, jetzt geht auch nichts mehr auf Zeit. Denn mein Auto ist kaputt. Haben wir hier noch fette Stunt. Yeah! Oh. Fahren wir den um. Den da auch noch. Und machen wir das da noch. Richtig fette Stunt hier. rückwärts. Und hier. Und da. Ja. Nee, 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 nee. So geht das nicht. Wir fahren hier rein. Und dann wieder no. Und dann steige ich aus. Hallo. Perfekt. Hallo. Wieder so ein Gruppterkopp. ja ja sniff around ok dreck am stecke ja ja ok ja ja ich weiß ja 11.000 klöten eier machen wir erstmal hier abspeikern oh hier mein Gott das ist dein korr help me Entschuldigung das wollte ich jetzt nicht weg da bitte hey du sag nimm das hehehe drei auf einmal ne 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 so geht das nicht ihr säcke lasst mich da weg hier und jetzt nein nein ist auch gut so wow danke hehehehe oh ich möchte kein kopfkühler sein kopf sind nicht böse ok okay ich kann pfeifen oh lass mich in Ruhe hier ist er ha 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 ja ja nö ne 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 ja schupt mich in die passanten rein Und dann sagt er nachher Da sind so viele Passanten gekillt Jetzt habe ich gott eure Schuld Jetzt ist meine Schuld Ich weiß wann es meine Schuld Und eure Schuld und meine Schuld und eure Schuld ist Hier Wow Das hat sich ganz schön hammerhart gedreht Hammerhart Oh yeah Ey lass mich in Rowe Wenn da irgendwelche Politisten kommen Kann ich nicht mehr hier auf dieses Kackteil da ballern Kackteil habe ich gedacht Ja ja ich warte ja auf euch Ihr Säcke Haha ÖCP3 Libertissi Police Department Anhalten Hörst du mich? Kann ich ja eigentlich da rein Komm wir sprengen uns selbst in die Luft Dann kommen wir ins Kran Nein Wir machen es viel geiler hier Yeah Das kriegen wir nicht hin Dann machen wir Mein Sack Sein Sack wurde weggesprengt Deshalb sind wir dran zu holen Oh yeah Kann ich mal da sagen Haben wir alle Raypens noch? Wir haben alle Raypens noch Dann würde ich mal sagen bis zur nächsten Folge Dann machen wir dann nochmal Asuka Missionen Bevor wir mit dem Ray anfangen Und mit der Asuka aufhören Ja Asuka ist hier ganz komisch Erinnert mich an Avatar Ich hole mir da hinten noch ein Fahrzeug Den Kuruma Ich mag den Karuma Der Kuruma ist die beste Dann würde ich mal sagen bis zur nächsten Folge Und ciao